körperchen raus stehen bleiben bitte hallo stehen bleibt ich brauche die vorne zu stehen ja was läufst du denn noch immer quer vielen dank natürlich aber wer läuft denn da rein wer ist denn das aetf altars hier der ist auch mann bleiben sie stehen ja dann viel spaß flürchen los flürchen such ihn such das ist ja wie zunge raus strecken gerade wie bitte das ist ja gerade wie zunge raus strecken wie da da und schlafen hm? ich bin hier so geklopft hab ich schon mal gab was? nein ich tue die nicht ne was? alles nicht mehr 175.000 jetzt hab ich gerade wieder heute Geld gemacht extra ein paar Tickets mehr ausgestellt heute er hatte heute so eine Mad-Phase da hat jeder ein Ticket bekommen der es verdient hatte bringst du mich eben zum Marktplatz ja die ist da hinten auf der anderen Seite und da haben wir direkt einen den wir heilen müssen ne doch Gott 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 wo ist ein ATM Marktplatz da längs in der Ecke ha 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 was hinkst du schon in der Bank oder was? ha 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 ja was war denn das jetzt? ist die Bank schon vorbei wieder? keine Sorge kann ich nicht kann ich auch reden ja die wurde gerade gemacht da wurde die noch nicht verhindert hallo ich wollte gerade sein Vertrauen gewinnen und jetzt bescheu ich sie achso keine Sorge ganz gut ich hab das selber verstanden hm 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 ah, hast du vielleicht Grafik einstellen ich auch können, komm mal noch der ist schleusig eingefahren da ist ein Rehgips im Bord es war auf unserer Seite, diese Schweine sie ist tot, 100% oder? da ist ein Rehgips im Bord der Rehgips im Bord